Servus du! Der lauteste Berg der Welt dreht wieder auf. Und wie! Das Sound Everest Winter Festival geht in Runde 2. Vom 27. bis 29. März 2020 am und um den Hauser Keigling. Sound Everest präsentiert 2020 live für euch. Seiler und Speer. Außerdem mit dabei Josch, Matakustix, Pendel und viele mehr. Sound Everest Winter Festival. Es kracht. Von Haus aus.